Dracula Untold. Ich weiß nicht, wie viele Leute darauf gewartet haben, aber hier ist termingerecht die Kritik, weil er lief nun mal in meinem örtlichen Kino und es gab keinen Grund für mich, den Film nicht zu sehen. Entgegen dem anderen Kandidaten komme ich dann am Ende des Videos drauf, denn jetzt soll es erstmal um den Film gehen. Das ist jetzt mein mittlerweile vierter Take, was selten vorkommt und zeigen soll, dass es relativ umständlich ist, über den Film zu reden. Dementsprechend möchte ich Leuten den Service an die Hand geben, weil euer Geld habe ich jetzt schon, dadurch, dass ihr draufgeklickt habt. Dementsprechend, ob ihr jetzt weiterguckt oder nicht, ist dann eure Entscheidung. Möchte ich euch gleich an die Hand geben, wenn Leute jetzt nur ein kurzes Fazit wollen. Normalerweise möchte ich es mir eigentlich aufheben, aber an der Stelle, wie gesagt, es könnte kompliziert und langweilig und oder redundant werden. Deswegen, das ist einer der standardisiertesten Filme, vor allem vom Skript her, die ich seit langer, langer Zeit gesehen habe. Ich meine, ich möchte es noch nicht alles vorweg geben, weil ich möchte, dass Leute Spaß am ganzen Video haben. Aber es, wie gesagt, alles, vor allem die Character-Arc, ist so rudimentär in Sachen des gefallenen, sympathischen Helden, der dann dieses Artefakt an sich nimmt, wie zum Beispiel meinetwegen in Herr der Ringe und dann unter den Folgen zu leiden hat. Und das ist eigentlich nur ein Symbolismus für all den Schmerz und das Leid ist, das er von anderen auf sich nimmt und so weiter und so fort. In dem Fall ist es halt kein Artefakt, in dem Fall ist er halt dann Dracula und es dürstet ihn nach Menschenblut, was vielleicht gerade mal zweimal in zwei verschiedenen Szenen angeschnitten wird und dann wieder komplett fallen gelassen wird. Es ist, der Film ist unglaublich überhastet, der Film steigt ein, als wärst du jetzt mitten im zweiten Akt. Das war wirklich, das war das seltsamste überhaupt an dem Ding. Wie gesagt, super rudimentär. Das ist einer der typischsten 5 von 10 Punkten Filme, die ich jetzt dort anzubieten habe, weil er funktioniert. Und es gibt wenigstens einen Punkt, den ich zu benennen hätte, der ganz interessant war. So, jetzt aber, bevor ich über den Film eigentlich rede, möchte ich unbedingt anschneiden. Weil das ist eine Frage, die konnte ich nicht für mich selber klären. Und deswegen möchte ich, dass ihr mir die Frage vielleicht beantworten könnt. Denn ich, der jetzt halt so im Filmäter herumschwebt, jetzt als eigenständiger Filmkritiker, das ist klar, dass ich das anders sehe. Ich würde gerne wissen, wie normale Leute das empfinden, den Film. Wenn jetzt die Dracula Untold und jetzt mit Vlad V. Impaler. Das, ich, ich, selbst jetzt kapiere ich immer noch nicht, was dieser Film eigentlich war. Und was er wollte und was die Strategie war, wie er Leute abholen wollte. Ähm, allein vom Setup her. Ähm, beginnen wir erstens mal mit Vlad V. Impaler. Eine der, der kuriosesten, vor allem in Sachen Brutalität, sagenumwobendsten historischen Gestalten ever. Und, ich glaube, kein normaler Mensch kann fucking Vlad V. Impaler. Ähm, außer jetzt halt eben so Nerds wie ich, die eben auch auf Vampir-Stories stehen. Kommen wir dann gleich drauf. Also, erstens ist hier der Punkt. Das haben Leute überhaupt einen Bezug dazu. Checken Leute überhaupt, dass das ein realer Mensch war. Historisch belegt. Und dann in diese Fiktion abdriftete. Und das ist praktisch so eine Form von wiedergekehrten Fan-Fiction. Kapieren das Leute überhaupt? Ich denke nicht. Da frage ich mich dann schon erstens. Wie, wie nehmen das Leute auf? Ähm, der zweite Punkt ist, dass sie diese Story ja jetzt mit Dracula ja jetzt nur bringen. Weil das ist nicht so eine, das ist nicht so eine, ähm, das ist nicht so eine Abraham Lincoln Vampire Hunter Story. Das praktisch, oh okay, er hatte damals, äh, Dracul im Namen. Deswegen machen wir jetzt ihm zu Dracula oder so. Sondern, ähm, diese Idee entstand letzten Endes aus, schon irgendwo aus dem alten Dracula. Also dem 1931, oder nicht dem 1931, sondern der Bram Stoker Version. Weil er irgendwo niederschrieb, ja, ich hab das irgendwie basiert auf den historischen Erzählungen von eben Vlad, äh, Dracula, ähm, wie Impaler. Und dann aber eigentlich, ähm, vor allem, wie gesagt, das Design und so wirklich die Geschichte des Charakters. Vor allem, dass dann eben seine Frau von den Osmanen getötet wird oder ausgetrickst wird. Äh, zu glauben, dass ihr Mann gestorben ist und er selbstmord begeht, was auch immer. Aber, das kam in, und den Film möchte ich unbedingt empfehlen, Francis Ford Coppolas Verfilmung. Ähm, so, so eine Form von Dracula im Expanded Universe. Von dieser, ähm, von dieser Bram Stoker Novelle. Weil der 1931er Verfilmung hatte nicht jetzt wirklich super viel mit dem Buch zu tun. Ähm, ja, ja, gut, ich mein, ja, gut, ich mein, ähm, jetzt die Francis Ford Coppola Verfilmung auch nicht unbedingt. Aber, äh, sei dahingestellt. Wie gesagt, das ist der einzige Grund, warum dieser Film überhaupt existiert. Wenn Francis Ford Coppolas Version nicht da gewesen wäre, dann, dann hätte es diesen Film jetzt gar nicht gegeben. Checken das, Leute? Ich denke nicht. Es ist letzten Endes praktisch, wie gesagt, so eine, es ist eine Fanfiction. Es ist, es ist eine Fanfiction seitens jemanden, der sagte, hey, das war doch cool. Hey, das war doch cool, diese Vlad V. Impaler Story, dass er Dracula ist und Vampire gehen jetzt wieder. Und das haben wir noch nie gebracht. Eine Story zu Vlad V. Impaler. Also lass uns das doch machen. Marketing Genie an der Stelle. Und, ähm, das, also wie gesagt, wer mir das erklären kann schlüssig, wie dieser Film zustande kam, konzeptionstechnisch, ihr seid ein Ass, weil ich kann mir das nicht zusammenreimen. Ähm, und was so dieser, dieser große Punkt des Versagens ist, dieses Films, ist, es ist fucking Vlad V. Impaler. Das, wie gesagt, du, du kannst da nicht PG-13 rausmachen. Aber, nee, okay, du, 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 im Notfall, okay? Im, im absoluten Notfall, weil ich muss ganz ehrlich sagen, der Film hatte so ein paar Szenen, wo ich mir gedacht habe, oh, wow, PG-13, okay? Ähm, das, das ist fast schon gewagt. So, es gibt so ein paar Szenen, wo ich mir denke, hm, okay, das ist noch PG-13, okay. Das ist cool. Ähm, was viel, viel schlimmer ist, ist, und auch hier dürfen Leute gerne mir Vorschläge geben, weil ich da auch immer noch nicht drauf gekommen bin, auf die Antwort, die richtige, die sicherlich irgendwo dazwischen liegt, zwischen den beiden Möglichkeiten, die es gibt. Ähm, das große Problem des Films ist, dass es nicht diese Caligula-Richtung nimmt, was du eben mit einem PG-13-Film auch nicht machen kannst, dass du einen komplett geistesgestörten Menschen als Hauptprotagonisten hast. Ich meine, er muss nicht der Gute sein, aber er kann, in, in, in der großen, allumfassenden Story kann er trotzdem der tragische Protagonist sein. Das ist möglich. Ja, gut, er kann eine Form von Anti-Held sein. Was sie so ein bisschen versucht haben hier, mit dem Film. Ähm, hier ist das große Problem. Okay, sie, sie haben, sie haben eine Form von Skript genommen, wo es um den, wo es um den gutherzigen, sich aufopfernden, an der Gesellschaft oder am Krieg oder was auch immer, gescheiterten Helden. Daran haben sie sich versucht, mit dieser Story. Das ist das Unpassendste, was du überhaupt hättest nehmen können, für fucking Vlad V Impaler. Und Leute dürfen an der Stelle gerne mitzählen, wie oft ich jetzt schon Vlad V Impaler gesagt habe. Es wird noch mindestens zehnmal weiter vorkommen. Ähm, es ist halt, vor allem, es wird, und das ist auch so ein interessanter Aspekt, dass das ist ein Regisseursdebüt, sein erster Film, und es ist, es ist interessant, wie du das so richtig so, so rauslesen kannst aus dem Film, weil du so viele super mega peinliche Szenen hast, die wirklich einfach grauenhaft inszeniert sind. Aber der Regisseur meinte, er wäre da jetzt so super mega clever. Ähm, ein Beispiel ist, wenn dann, wenn dann Dracula am Ende so ein Profilshot hat und dann geht das über in so eine Wolkendecke, die dann das Profil von Dracula hat und dann gibt es so einen Schwenk nach unten zu einem Kloster und das Kloster gibt dann, weißt du, es gibt so einen Dissolve, so eine Auflösung in die heutige Zeit und oh, das Kloster steht immer noch, aber jetzt sind diese ganzen Metropolen da und das ist jetzt so, das, es ist so interessant, weil das ist so richtig so, so Filmstudenten-Erstsemester-Bullshit. Weißt du, diese Leute kapieren, dass es sowas gibt, wie, dass es sowas gibt, wie etwas Full Circle bringen, in, vor allem in Sachen Motiven und in Sachen Setup für Dinge. Aber, sie bringen es zu so einem Extrem, dass es absolut lächerlich wird und diese Movie Magic verloren geht und du wirklich merkst, okay, das ist ein Film, weil das ist einfach nur bescheuert und das ist inszenatorisch, so gekünstelt, aber ohne, ohne jegliche Form von, von Charme oder, oder Kunst oder Art Design, das, das, es reißt dich komplett raus. Das war ein interessanter Aspekt, das, das mal so richtig so mitzuerleben. Ist ja auch wurscht an der Stelle, aber, wie gesagt, an der Stelle möchte ich jetzt die Frage stellen, tut mir leid, dass ich das jetzt wieder von, von hinten her bringe. Was war zuerst da? War die Idee zuerst da, eine Vlad V Impaler Story zu bringen und dann haben sie gesagt, okay, wir können, wir, wir, wir können das nicht machen, weil es muss PG-13 sein. Deswegen müssen wir ihn jetzt umschreiben zu diesem sympathischen Charakter, der, dadurch, dass er tausende Menschen auf, 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 auffällte, dass er dadurch eigentlich nur noch weitere tausend Menschen retten wollte. Ist klar, oder? Ähm, und, ich, ich mein, das könntest du sogar bringen. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, Vlad V Impaler war trotz alledem natürlich, kein kompletter Psychopath, sondern trotzdem ein verantwortungsvoller Herrscher. Aber, ich weiß nicht, das könntest du sogar bringen, aber, aber bitte nicht so schmalzig. Dass dann, oh, schau, wie er ein liebender Familienvater ist und, das war, weißt du, vor allem, das ist so ein Ding, dass praktisch, ähm, du am Anfang diese Story hast, wie Vlad V Impaler, weißt du, dieser total wahnsinnige Meuchelmörder war, der immer noch an seiner brutalen Vergangenheit festhält, als er als Kind misshandelt wurde von den Osmanen. Und, und dann praktisch harten Cut zu, oh, er ist jetzt dieser verantwortungsvolle Anführer, der all seine Leute gleich lieb hat und doch immer Verantwortung übernehmen will und, dass ihm ja nichts Böses passiert und, mhm, mhm, does not compute, ähm, das, nee, nee, das kannst du einfach nicht bringen. Was natürlich auch daher stammt, dass der Film so extrem getrimmt ist, aber, nee, das funktioniert einfach nicht. Das ist praktisch der, der, der erste Übergang im Film. Nee. Und, ach, man, ähm, wie gesagt, auch hier, Erstsemester Filmstudenten Bullshit oder Unachtsamkeit oder, ich weiß es nicht. wie gesagt, das, das funktioniert einfach nicht. Ähm, du kannst nicht Vlad wie Impaler zu diesem tragisch gescheiterten, allumfassend, geliebten und liebenden Familienvater machen. Das geht nicht. Und dann eben war zuerst da die Idee da, und das ist nochmal zurück, das tut mir leid für das ganze Side-Tracking an der Stelle, aber es gibt, wie gesagt, so viele Dinge, die mir rumgegangen sind, in dem Kopf. Eigentlich hab ich den Film gar nicht mehr geguckt. Eigentlich sind mir all nur diese Fragen im Kopf rumgeschwört, während ich diesen Film sah. Ähm, was war zuerst da? War zuerst haben sie gesagt, okay, wir haben jetzt diese scheiß Vlad wie Impaler-Story und, und haben, brauche jetzt dieses blöde Skript, damit das auch nur irgendwie halbwegs PG-14 funktioniert. Oder war zuerst der Skript da? Und dann kam irgendein Marketing-Genie, das sie jetzt mittlerweile sicherlich auf die Straße gesetzt haben, nachdem dann die ersten Box-Office-Zahlen reinrattern. Hat dann da irgendjemand gesagt, wir, 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 wir setzen da jetzt diese Dracula-Story drauf. Das, ich check's nicht. Ähm, wie gesagt, ich bin eigentlich hauptsächlich schon durchgegangen, was der Film letzten Endes ist. Er funktioniert zumindest. Okay, alles ist an seinem Platz und, wir haben dann, weißt, oh, hier ist das Silber, das muss er jetzt den Osmanen als Tribut geben und dann kommt es zurück mit, ah, Silber schwächt Vampire und deswegen haben wir jetzt den Endfight nicht mit all seinen super-duper Vampir-Superheldenkräften, sondern jetzt kämpft er ganz normal wie ein normaler Mensch, weil, das Silber schwächt ihn oder was auch immer, ähm, weil der Endgegner nur ein ganz normaler Mensch ist und wir dann natürlich nicht Dracula mit seinen Superkräften auftreten lassen können. Ähm, das waren auch so ein paar peinliche Sachen, dass so, ähm, sich Vlad wirklich so freut, wie so ein kleines Kind über seine Superheldenkräfte, die er jetzt hat. Ähm, das war, weißt du, oh, er rennt dann und, wow, jetzt verwandle ich mich in Fledermäuse, was war denn das? Jetzt renne ich gleich nochmal, wow, ähm, das, wow, wow, das war, das war fast so scheiße, dass es schon wieder geil war, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich nicht kommen sehen. Ähm, äh, aber wie gesagt, alles ist an seinem Platz, alles funktioniert, ich meine, es ist ein peinlicher Film, es ist ein peinlicher Film für alle Beteiligten, aber er funktioniert und er hat ein paar nette Szenen und wie gesagt, bringt so ein paar Dinger full circle und er geht nur 90 Minuten und er fühlt sich auch nur wirklich an wie 90 Minuten, also das möchte ich ihm lassen, entgegen seinem Kompagnon da drüben Hercules, der sich anfühlte wie zwei verfickte Stunden und ich, ich kann dem Film jetzt zumindest attestieren, dass er okay ist, äh, er ist anschaubar, ähm, er hatte zumindest eines, eine Szene und das möchte ich ihm lassen, er hatte eine Szene und das ist, das ist die Diskussion zwischen dem Vampir und Vlad, auch das ist Bullshit an der Stelle, weil Vlad hätte praktisch, durch seine Gotteslästerung und dadurch, dass er, wie, wie sehr er gegen Gott rebelliert, ist er ja eigentlich erst zum ersten Vampir überhaupt geworden, in der Lore von Dracula, ist ja auch vollkommen scheißegal, aber der, ich wollte es nur gesagt haben, äh, aber dieser Diskurs zwischen Vlad und diesem Urvampir, ähm, ist fantastisch, das ist, eine, das ist kein Scheiß, die Dialoge sind so gut geschrieben und die Charaktere so ordentlich gegeneinander gestellt und der Vampir führt ihn so gut vor Augen, wer er ist und was er will, also, wer Vlad ist und was er will und was letzten Endes seine Reise werden wird, wenn er, wenn er letzten Endes dieses Angebot annimmt, ähm, diesen Vampir halbwegs zu erlösen, aber selber dann eben zu dieser verhuchten Gestalt zu werden, die jetzt dieser Vampir ist, das war so fantastisch gemacht, dass ich wirklich sagen muss, das ist eine der besten Filmszenen, die ich dieses Jahr gesehen habe. Das ist kein, das ist kein Scheiß. Das hatte fast schon so eine Form von so verkorkstem Shakespeare-Level und das, das, das hatte fast irgendwo so eine total seltsame Form von Transzendenz, weil du diesen total schlockigen Film hast, der links und rechts komplett im Ton wechselt und von einer Szene zur nächsten hechtet. Sie, sie, sie wollen Dracula anzünden, weil sie dann, oh nein, wow, er verbrennt im Sonnenlicht und deswegen, weil anscheinend Leute, weißt du, vorher, am Anfang, muss er noch extra zu einem gelehrten Mönch gehen, um zu fragen, was ist ein Vampir und dann auf einmal wissen alle Leute, was ein Vampir ist anscheinend und okay und wollen ihn dann sofort anzünden und zünden ihn dann auch an. Aber dann schlägt es fehl, nächste Szene, alle sind wieder okay mit ihm als Anführer. Mhm. Ähm, wie gesagt, das, äh, das ist so seltsam, dass dann du diese eine Szene hast, wo du sagst, das ist ein komplett anderer Film. Das war der Hammer. Äh, fantastische Performances, wirklich, wie gesagt, fantastisch geschrieben. Ähm, ja, wie gesagt, der Film ist anschaubar. Ähm, also ich konnte mich durch den Film durchprügeln, allein aufgrund dieser einen Szene, die mit drin war. Ähm, das hat so, das hat so, daran konnte ich zehren, an, an dieser einen Szene. Ähm, das ist mehr, als ich von anderen Filmen verlangen kann, wie zum Beispiel Fucking Hercules. Ähm, oder wie Expendables 3. Ähm, ne, super. Also, ähm, der Film hat so ein paar Momente gehabt. Ähm, die Hauptfigur, ich kenn den Schauspieler nicht, wird gesprochen von der Synchronstimme, also der jetzigen Synchronstimme von Benedict Cumberbatch, also es ist die gleiche Synchronstimme wie in Star Trek Into Darkness und Smog in The Desolation of Smog. Ähm, super, also das war zumindest cool. Ähm, ich hab am Anfang, ich hab am Anfang, ab und zu hatte ich wirklich so das Gefühl, dass das der Synchronsprecher von Alucard aus Helsing ist. Aber, ähm, das war er leider nicht. Aber, wie gesagt, auch tolle Synchronstimme an der Stelle. Ähm, richtig schön düster und finster und so, rauchig umschmeichelnd. Super. Ist Vampir passend, ähm, aber, weil was, was mir so unglaublich auf den Geist gegangen ist, das muss ich jetzt noch erwähnen, das ist, dass sie immer, dass sie immer herkam mit die Türken. Und das, ich verstehe, dass es nicht mehr die Perser sind, okay, aber hätten wir nicht wenigstens machen können, die Osmanen, oder ist das dann wieder, ist das dann Türken gegenüber dann wieder rassistisch, wenn du sagst, die Osmanen? Ja, das waren damals nicht wirklich die Türken per se, möchte ich jetzt meinen, vom historischen Standpunkt her. Ähm, das, finde ich, kam dann ein bisschen später. Ähm, ich hätte es jetzt eher noch gesagt, die Osmanen, weil es war immer dann die Türken und ich habe gedacht, what? Das, die Türken? Ähm, das ist, wie wenn du sagen würdest, das ist, wie wenn du in dem Film gesagt hättest, für mich die Jugoslawen. Too soon. Ähm, das ist einfach, das war so seltsam und hat mich auch so rausgerissen, die Türken. Ähm, und was auch immer. Ähm, das ist so ein kleines Pet-Pee von mir. Also 5 von 10 Punkten an der Stelle, der Film war anschaubar. Jetzt möchte ich noch kurz eingehen auf, äh, The Giver. Den werde ich mir nämlich nicht angucken. Ich weiß, ich habe gesagt, ich gucke ihn mir an. Heh. Das habe ich gesagt, bevor ich mir den Trailer nochmal angesehen habe. Ähm, hier ist, was The Giver ist. Es ist erneut die Logans Run Story. Ich habe da keinen Bock drauf. Äh, die Logans Run Story ist so, ähm, wir haben eine Form von Utopie, die sich dann eigentlich als eine Form von so restlich überlebender Dystopie rausstellt und die Charaktere sind in diesem System gefangen. Da stellt sich heraus für sie, oh nein, das System, ähm, Soylent Green oder so, weißt du, irgendwie isst Menschen auf oder das hatten sie ja auch in, äh, Cloud Atlas, diese, äh, diese, ähm, Sci-Fi Story war dann ja auch praktisch, oh nein, Soylent Green, weißt du, sie essen Menschen. Ähm, und, dann wären, und dann gehen sie aus dieser Kuppel raus oder was auch immer und kommen dann wieder zurück und dann kämpfen sie für die Rebellion oder was auch immer. Es gibt verschiedenste Varianten davon. wie gesagt, Logans Run hat das Ganze praktisch gespawnt. Ähm, bis zu einem gewissen Grad ist ja, zumindest, The Hunger Games ist jetzt zumindest da angelangt, ähm, bloß aus einer anderen Perspektive. Ich meine, The Hunger Games praktisch geschieht außerhalb dieses Doms. Ähm, normalerweise kommt's von innen. The Running Man gehört ja auch so irgendwo mit dazu, auch erneut, es geschieht außerhalb des Doms, ähm, und du kriegst dann diesen Blick nach innen, wie gesagt, eben diese Utopie, Dystopie, was auch immer, ähm, diese, diese Mischform aus überlebenden, aus überlebender High Society, die sich dann an diesem grauen, dass Menschen gegeneinander sich dann abschlachten, sich da aufgalt dran. Äh, Oblivion war jetzt so einer der letzten Kandidaten dafür. Pleasantville, so blöd das jetzt eventuell auch klingen mag, und das ist das, das ist eigentlich so ein komplett, also da musst du dir wirklich komplettes Versagen anrechnen lassen, wenn du praktisch dein optisches Thema eben in The Giver aus Pleasantville kopierst. Das ist mir vollkommen scheißegal, ob das auch so im Buch stand, ist mir vollkommen scheißegal, ob das Buch The Giver vor Pleasantville kam. Du musst dir das als Film, der jetzt hat, im Jahr 2014 erstellt wird, musst du dir das gefallen lassen, dass das unfassbar abgekupfert ist. Ähm, und das wie gesagt, das Thema von Pleasantville, praktisch, oh, er sieht jetzt Farben, das hat nichts in einem verfickten Sci-Fi-Film zu tun. Eventuell haben wir dann noch, ähm, Equilibrium ist auch ein populäres Beispiel. Ja, das brauche ich einfach nicht. Es ist sicherlich jetzt kein grottenschlechter Film, er wird, denke ich, genauso wie jetzt Dracula Untold, anschaubar sein. Aber, hier ist der, hier ist der eigentliche Grund, warum ich mir den Film nicht angucke, weil ich eine faule Sau bin, weil der Film läuft nicht in meinem lokalen Kino. Und ich habe keinen Bock extra wegen, The Fucking Giver, jetzt in die Innenstadt reinzufahren. Ähm, Gone Girl läuft tatsächlich in meinem lokalen Kino. Ich kann das nicht glauben. Also da kriegt seine Kritik dann am Montag dazu. Ähm, ähm, ja, wie gesagt, freut es euch an der Kritik oder auch nicht, oder was auch immer. Ich habe es termingerecht abgeliefert, das Ding. Ich lasse mir nichts zu Schulden kommen an der Stelle. Dementsprechend habt es weiterhin Spaß mit dem Content. Und, Vielen Dank.